. . . . . . . So, die Leute, die mich nicht kennen, mein Name ist Markus Krebs, bin geboren am 26.07.19. Und . Als ich so drei Jahre alt war, haben meine Eltern sich ganz schön Sorgen um mich gemacht. Ich hab noch nicht ein Wort gesprochen. Da hat meine Mutter gekocht. Da hab ich gesagt, Mama, die Nudeln sind matschig. Und meine Mutter war total aufgeregt. Ich sag, hör mal, du kannst ja doch sprechen. Warum hast du ja bisher nichts gesagt? Ja, bisher war alles in Ordnung, ne? . Ich lese wieder aus meinem Buch Heute das Kapitel Scheiße ist, wenn Furz was wiegt. . Ne, ich bin schon froh, dass Karneval wieder los ist. Ich bin ja zum Umzug eingeladen worden. Ich war der Einzelne, der war verkleidet. Alle anderen haben Kisten geschleppt. Ich werde wieder Karneval in meiner Stammkneipe in Duisburg feiern. Ja, danke. Ja, komm. Ich sag mal so, viele sind da drin, die haben vom Gesicht her ganz ja Halloween eigentlich. Ja, da kamen da kamen schon Frauen rein. Da hab ich gesagt, wer ist er? Ne? Du kommst da rein, da sitzt Dieter vorne. Immer mit dem Kopf auf der Theke. Da sagst du, ist der voll oder magnetisch? Ja? Und dann stellt er dir Fragen. Markus, wie heißt nochmal der eine von Max und Moritz? Ich sag Max, ne der andere. Das ist ein Typ, Haare bis zur Hüfte fangen aber erst auf dem Schulterblatt an. Hat sich hier oben am Oberarm, hat er sich ein halbes Hähnchen tätowieren lassen. Und unten drunter einen Teller für die Knochen. Also hat richtig an... Aber ein sportlicher Typ. Ich hab mich mal gefragt, wie viel Liegestützen kannst du? Sagst ja alle. Es heißt, er wäre mit seinem Geschlechtsteil mal im Guinness Buch der Rekorde gewesen. Wurde dann aber aus der Buchhandlung geschmissen. Ich weiß, ich weiß. Die können nicht untereinander erklären, ist gar kein Thema, wenn Fragen sind. Das Einzige, was den wirklich gut konnte, der konnte gut Witz erzählen. Gerade diese kurzen. Da ist zum Beispiel, jemand da schellt an ne Tür an. Ja? Die Frau, die dort wohnt, öffnet die Tür. Sagt da, guten Abend, wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Sagt sie, ich hab den Unfall gar nicht gesehen. Da schellt einer an ne Tür, wird aufgemacht und sagt, guten Abend, wir sammeln's für städtische Kinderheimen. Kleinen Moment bitte, Kevin, Justin, kommt ihr mal. Die hat der drauf. Da kommt ein Pinguin, kommt zum Fotografen und sagt, ich hätt gern Passbilder. Sagt der Fotograf, ja schwarz-weiß oder Farbe? Was sagt ein Schizophrener namens Sex? Na, wer war ich? Das ist ein Typ, der hat seine Frau bei uns in der Kneipe kennengelernt. Hat sie am ersten Tag ins Kino eingeladen und haben den Film auch wieder abgeholt. Wir haben immer gedacht, der findet keine Freundin, weil der hat ne Bude, sowas hast du noch nicht gesehen. Der hat ne Katze. Jetzt hat der keinen Bock gehabt, das Katzenklo zu machen, hat immer nur nachgekippt. Da komm ich rein, wir begrüßen wie ne Katze auf 1,80 Höhe. Dann guck ich in sein Schlafzimmer, Etagenbett, vorne Panini-Aufkleber drauf, da war der Matthias Neugladbach. Ich sag, was ist das denn Etagenbett? Ja, ihr könnt ja mal eine kennenlernen. Ich sag, dann ist Etagenbett geil, da ist er recht. Hat dann geheiratet, er war nur einmal in der Kirche und da hat er einen Falschparker ausrufen lassen. Er hat auch das Hochzeitsvideo immer gern rückwärts geguckt, wenn er den Ring wieder abnimmt und geht wieder in die Kneipe zurück. Aber dat ist ne Frau, dat ist ne Frau. Sie hat gesagt, sie hat sich einen Hula-Hoop-Reifen gekauft, ja, der passt. Ich hab sie gefragt, ganz ehrlich, wie viel wiegst du? Sag ich nicht, da kommen die ersten drei Zahlen. Aber lecker, Schatz. Sie hatte sehr viel Holz vor der Hütte, aber durch den Bauch sah Holz gestapelt aus. Und die Frau, die ist einmal vor der Schleuse geschwommen oder was, ich weiß nicht, pass auf. Da sagt sie zu ihrem Mann, Schatz, wir heißen noch mal Gebäude, die geschützt werden müssen. Er so, denk mal. Sagste, mach ich, komm nicht drauf. Jetzt haben sie Nachwuchs bekommen. Ja. Und er sagt, Markus, ich komm in das Zimmer rein, die verschrumpelten Ärmchen. Ja, dat der knautsche Gesicht, die verklebten Haare. Ja, und daneben dat Baby, ne, dat war hart. Ich hab ihn gefragt, Junge oder Mädchen? Dann sagt er, ja sicher. Aber die haben sich jetzt getrennt. Er kam nach Hause und hat sie in flagranti erwischt. Er kam ins Schlafzimmer und sie war grad mit jemand anders da, hier für Erwachsene. Und da sagt er, was geht hier vor? Und der Typ, deine Uhr. Und sie saß im Bett, Schatz, ich kann dir alles erklären. Ja, dann erklär mal abseits. Ja. Ich hab ihn schon etwas länger nicht mehr gesehen, aber was mir immer in Erinnerung bleiben wird, sind seine Witze. Und deswegen mach ich die Top 3 seiner Lieblingswitze. Pass auf. Frau geht arbeiten, Mann bleibt zu Hause, wir kennen dat. Ich wollte keine Unruhe reinmengen. Aber, bevor die Frau aber arbeiten geht, sagst du zu dem Mann, denk dran, dass du mit dem Hund noch rausgehst. Der Mann, ja, ja, kennen wir auch. Frau geht arbeiten, Mann ist zu Hause draußen, findet richtig an zu regnen, da hat der Mann gar keinen Bock drauf. Macht nur die Tür auf, lässt den Hund so raus. Der Hund kommt 20 Minuten später wieder rein, hat ein Kaninchen im Maul. Sagt er, oh, da ist doch Kaninchen unserer Nachbarn. Macht das sauber, geht rüber, legt das in den Stall. Am nächsten Morgen, Frau und Mann sitzen zusammen beim Frühstück, sagt die Frau, hast du gehört, was gruseliges unseren Nachbarn passiert ist? Er so, nein, erzähl mal. Sagt sie, das Kaninchen lag tot im Stall. Er so, nein, wie gruselig. Sagt sie, ja, gruselig, weil die haben dat einen Tag vorher beerdigt. Ich finde den auch gut. Pass auf, Platz zwei. Typ sitzt in der Kneipe, kommt so ein kleines weißes Pferd vorbeigerannt. Er denkt, was war dat denn? Denkt, hat sich verguckt, kommt der kleine weiße Pferd wieder vorbeigerannt. Sagt der zum Wirt, hör mal, was soll dat denn hier mit dem kleinen weißen Pferd? Was soll dat? Sagt der Wirt, hör bloß auf, geh mal unten bei uns im Bierkeller, hinterm Gurkenfass, da sitzt ne Fee, wünsch dir was weiße Bescheid. Der geht runter, kommt 20 Minuten später wieder hoch, hat eine Melone unterm Arm und hinter ihm läuft ein kleines Schwein. Da sagt der zum Wirt, hör mal, kann das sein, dass die mich da unten nicht versteht? Ich wollte eine Million in kleinen Scheinen. Ich könnte hier schon abbrechen, pass auf. Da sagt der Wirt, glaubt ihr, ich hab mir einen 30 cm langen Schimmel gewünscht oder was? Ja. So, und jetzt kommen wir zu Platz 1. Drei Männer stehen vor der Himmelspforte. Petrus kommt raus. Jungs, ich hab zu. Ich mach heut gar nichts. Sagt einer, ja, aber hey Petrus, wir sind tot. Sagt Petrus, interessiert mich nicht. Pass auf, wenn ihr ne lustige Geschichte habt, wie ihr gestorben seid, dann lass ich euch rein. Der Erste fängt an und sagt, ja, wisst ihr, bei mir ist es so. Ich bin Anwalt und ich arbeite jeden Abend bis 8 Uhr. Jetzt hab ich um 7 Uhr schon Feierabend gemacht, weil ich meiner Frau nicht trau. Bin schon um 7 Uhr nach Hause. Und wir wohnen im 7. Stock in einem Hochhaus. Und ich hab die Treppe genommen, gar nicht in den Aufzug, die soll gar nicht mitgehen, dass ich komme. Und ich komm so in die Tür rein, da sitzt die nackt im Bett, hat die für mich noch nie gemacht. Ich hab die ganze Bude abgesucht, ich find keinen. Ich soll halt so ne Krawatte. Geh am Balkon, will mir einen rauchen und da hängt bei uns einer an der Brüstung. Ich zieh den Schuh aus, hau den auf den Finger, der fliegt runter, wird aber durch die Bäume aufgefangen und überlebt. Jetzt hab ich so nen Kühlschrank bei mir am Balkon. Ich den Kühlschrank hochgewuchtet, schmeiß den hinterher, bleib aber mit dem Bein im Kabel hängen, fliegt mit runter. Jetzt bin ich hier. Ich sag Petrus, Junge, geil, geh durch, klasse. Frag den zweiten, was ist mit dir? Ja, wissen Sie, ich bin Fensterputzer. Und ich hab da in so nem achten Stock in nem Hochhaus, hab ich die Fenster geputzt, hab mir da angeguckt, was ich da gemacht hab. Fall hinten über die Brüstung, kann mich aber im siebten Stock gerade noch so festhalten. Da kommt so ein Vollidiot, hau mir mit den Schuhen auf den Finger. Ich fall runter, werd aber durch die Bäume aufgefangen und überlebe. Und wie Gott dank, da kommt um nen Kühlschrank, klatsch. Das wie hier. Ja, Petrus, Junge, geh durch, klasse. Frag den letzten, was ist mit dir? Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wisse, ich saß da nackt in nem Kühlschrank. Na dann! Hallo! Ja, lieber Markus, du siehst es. Dein Düsseldorfer Publikum liegt dir wieder zu Füß. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, im nächsten Jahr sehen wir uns hier auf der Bühne wieder. Wir bedanken uns bei Markus Krebs mit Dreimal Düsseldorf. Markus Krebs, Komitee Düsseldorfer Karneval. Danke, tschüss Markus.